Mit einem wahrscheinlich als Satire gedachtem Video macht sich zurzeit der grüne Vizekanzler Werner Kogler im Netz lächerlich. Als Hausmeister verkleidet inspiziert er die Büros seines Ministeriums, um etwaige Verstöße gegen die von der grünen Endzeitsekte befohlene Energiespardoktrin zu identifizieren und diese unverzüglich zu beseitigen. Er dreht Heizkörper zurück und ermahnt mit gespielter väterlicher Strenge seine Mitarbeiter zum Energiesparen und sogar zum Tragen von Energiesparschlapfen. Sie glauben es nicht, sehen Sie selbst. Schau, Stufe 4, das brauchen wir alles noch mehr. Hallo, ich sehe die Energiesparschlapfen an. Hallo, aus Technik hier, Meier. Das ist ein richtiges Kraftwerk für die Luft. Ui, die sind ganz schlecht. Die schalten Sie eh nicht ein, oder? Wenn ich mich erinnere, wird das vor ein paar Jahren aber, also wirklich ein Unterschied. Zum Beispiel, wie ist das die Haustür? Ich muss die wieder einstellen. Schaut, da haben Sie auch wieder diese Lüfte geschalten. Einer da, die Zeit bezahlt, aber man kann auch nicht. Manch einer möge dieses Video für lustig halten, doch ein Mensch, der mit offenen Augen durch die Welt geht, kann sich für dieses pseudowitzige Machwerk nur noch fremdschämen. Viele Mitbürger können sich kaum noch die enormen Energiekosten leisten, welche durch die von den Grünen verordnete desaströse Energiewende verursacht wurde. Interessanterweise wurde ein Bericht des Express zufolge im Ministerium von Klimaschutzministerin Gewessler anstatt der befohlenen 19 Grad satte 21,5 Grad gemessen. Und das schon in der Eingangshalle. Im Video von Pseudo-Hausmeister Kogler habe man aber offenbar alle Regeln eingehalten. Haben wir eine Kontrolle? Ist das ein Faschling oder was ist los? Entlüftet ist eh, gell? Haben wir alle Regeln eingehalten? Perfekt. Sehr gut. Wiederschauen. Interessant ist ja, wie Kogler die Raumtemperatur gemessen hat. Immerhin sieht man im Video kein einziges Mal einen Thermometer. Bei den Grünen scheint sich der Spruch Wasser predigen und Weintrinken offenkundig zu bewahrheiten. Des Weiteren ist es für Otto Normalverbraucher nur sehr schwer zu ergründen, warum er auf Teufel komm raus Energie sparen muss, wenn doch die ganz großen Kapazunder des Energiespar- und Weltrettungswahns mit ihren Privatjets von Event zu Event fliegen, in luxuriösen Villen residieren und in Luxusjachten über die Meere kreuzen. Einige dieser Klimarettungsmilliardäre, wie beispielsweise Barack Obama oder Bill Gates, kaufen sich sündteure Häuser direkt am Strand und warnen gleichzeitig vor dem Anstieg des Meeresspiegels. Wie passt das zusammen? Wer bitte soll diesen Menschen die permanent von ihnen verbreiteten Weltuntergangsfantasien noch glauben? Am 13. Dezember 2007 behauptete das Magazin Welt, dass der arktische Sommer in fünf Jahren bereits eisfrei sein wird. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit mit dystopischen Zukunftsvisionen in Angst und Schrecken versetzt wird, um sie so dazu zu bringen, jeden Schwachsinn mitzumachen, um, wie man ihnen einredet, die Welt zu retten. Der wirkliche Grund für diese zerstörerische Agenda ist ein ganz anderer, nämlich die Welt nach den Vorstellungen von Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum umzugestalten. Eine Handvoll elitärer Milliardäre soll zukünftig die ganze Welt beherrschen. Die Mehrheit der Menschen wird durch IT-geschützte Kontrolle zu rechtlosen Sklaven degradiert. Wollen wir das? Natürlich nicht. Deshalb ist es höchste Zeit, sich friedlich, aber bestimmt zur Wehr zu setzen. Am besten noch heute.